Der österreichische Maler Josef Floch wurde 1894 in Wien geboren und starb 1977 in New York. Lange in Vergessenheit bringen nun die Galerie Wiener Reuter und Kohlbacher und der Floch-Biograph Karl Pallauf den jüdischen Künstler zurück in die Heimat. Ich lebe über 40 Jahre mit den Floch-Bildern. Ich mag ohne diese Bilder nicht leben. Sie sind ein Teil von mir geworden. Diese besondere Verbindung zwischen Karl Pallauf und Josef Floch würdigt auch die Tochter des Künstlers. In gewisser Hinsicht ist Karl eher sein Sohn als ich seine Tochter bin. Die auch von Melancholie geprägten Bilder fanden so ihren Weg nach Österreich und zur Galerie Wiener Reuter und Kohlbacher. Aber das ist noch sozusagen zur Wiener bzw. Pariser Zeit. Aber der Anton Kurt hat gesagt, Melancholie ist Heimweh nach sich selbst. Wir sehen nicht schöne, glückliche Menschen herumlaufen, denn das war es nicht, wer er war. Und auch die letzten lebenden Zeitgenossen von Josef Floch erinnern sich an die Freundschaften von Floch zu Malerkollegen wie Balthus. Sie blieben in Verbindung. Jedes Mal, wenn Joe nach Europa fuhr, kam er in die Schweiz und blieb mehrere Wochen bei Balthus. Seit kurzem sind nun die Bilder von Josef Floch im Palais Schönborn Botany in Wien zu sehen. Wunderbarer Künstler, lange Zeit unterschätzt und wenn ich mir die Bilder anschaue, wird mir weh um jedes Bild, das ich nicht selber habe. Josef Floch ist ein österreichischer Maler, der eine internationale Karriere gemacht hat. Er wurde 1894 in Wien geboren. Bereits 1921 stellte er im Künstlerbund Hagen aus, wo er zu den renommiertesten österreichischen Malern gehörte. Eine künstlerisch sehr ergiebige Reise führte ihn 1923 nach Palästina. Die Albertiner kaufte ein Mappenwerk. Zuerst war Josef Floch vom österreichischen Expressionismus geprägt. Aber bald verbreitet er Einflüsse von Cezanne und der blauen Periode von Picasso. Auch die Werke der italienischen Pitura Metaphysica, insbesondere die von Carlo Carra, beeinflussten sein Schaffen. 1925 übersiedelte er nach Paris, wo er seine Bildsprache fand und sein Universum schaffte, dem er treu geblieben ist. Er wurde zum Interpreten der Stille und der Melancholie. Bereits ein Jahr später bekommt er eine Einzelausstellung in der berühmten Pariser Galerie Bairdweil. Weitere Einzelausstellungen in den Galerien Bernheim de Compagnie, Pierre Colle und Jean Castel folgten. Nun war er Teil der École de Paris. Germain Bazet vom Musée Louvre bezeichnete Josef Floch in seiner großen Kunstgeschichte von der Vorgeschichte bis zur Neuzeit im Kapitel Pariser Schule als Neohumanisten und bildete ein bedeutendes Werk von ihm ab. Viele bedeutende Kunsthistoriker, wie zum Beispiel Jean Cassou vom Musée National d'Art Moderne, dem heutigen Centre Pompidou, schrieben über ihn. In Paris zählten Balthus, Tjana Orlov, Jacques Lipschitz und Jules Passeu zu seinen Freunden. Einige Werke aus dieser Zeit, so der Kunsthistoriker Serge Lémoin, haben Gemeinsamkeiten mit dem Werk seines Freundes Balthus. Josef Floch flüchtete 1941 mit seiner Familie von Frankreich nach New York. Dort konnte er wieder Fuss fassen und sein künstlerisches Werk weiterentwickeln. Edward Hopper und Josef Floch besuchten einander in New York des Öfteren. Beide Künstler beschäftigten insbesondere die Führung des Lichtes, wobei sie aber zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Gemeinsam kämpften sie Anfang der 50er Jahre in einer eigenen Zeitschrift namens Reality gegen die fortschreitende Abstraktion in der Kunst. In den späteren Werken tendieren die dargestellten Figuren dazu, sich aufzulösen und mehr und mehr mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Raum, Licht und Zeit werden auf dieselbe Weise interpretiert wie bei Alberto Giacomettis gemalten Porträts. Josef Floch hat sein Universum geduldig und entschlossen aufgebaut. Ohne jedes Pathos hat er seine eigene Vision des Menschen und seines Platzes in der Welt geschaffen. Dies drückt sich in einem seiner wichtigsten Werke mit dem Titel Rest aus. Josef Floch wurde als erstem amerikanischen Künstler der Orden Jevalier de l'Ordre Francaise des Arts et des Lettres verliehen. Seine Werke befinden sich in zahlreichen österreichischen, französischen und amerikanischen Museen, wie beispielsweise dem Belvedere in Wien, dem Museum of Modern Art Paris und dem Metropolitan Museum of Art New York. 1972 widmete ihm das Belvedere eine Einzelausstellung. Josef Floch verstarb 1977 in New York. Wiener Reuter und Kohlbacher widmen Josef Floch eine grosse Retrospektive mit über 100 Meisterwerken aus den wichtigen Kunstmetropolen Wien, Paris, New York. Dazu ist eine umfangreiche Monografie mit einem Text des bekannten französischen Kunsthistorikers Serge Lemoine erschienen. Serge Lemoine war Präsident des Musée d'Orsay und Direktor des Musée Grenoble und emeritierter Professor an der Sorbonne. Josef Flochs Werke werden in Galerien und Auktionshäusern angeboten und erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Kürzlich kam eines seiner Hauptwerke in eine Auktion. Im Auktionshaus Kinski in Wien wurde das Bild Mutter mit Kind von Josef Floch aus dem Jahr 1927 versteigert. Das Käuferinteresse war groß. Ich bin ein Liebhaber von Floch oder ein Freund von Floch-Bildern. Dieses Bild ist ein frühes Werk, nach der Phase des Expressionismus, wo so richtig schön auch sein Farbenspiel und die Farbe ist für den Floch immer etwas ganz Wichtiges, dass dort auch sehr schön herauskommt. Josef Floch war lange Zeit am Kunstmarkt unterrepräsentiert. Erst seit etwa einem Jahrzehnt erfährt er eine wahrnehmbare Anerkennung. Der Floch spielt schon eine große Rolle, weil er eigentlich einer der wirklich besten österreichischen Maler der Zwischenkriegszeit ist. Und dieses Bild, das wir diesmal anbieten, ist wahrscheinlich das Schönste, das wir je angeboten haben aus den frühen 20er Jahren. Und ein Bild, das wirklich auch im Katalog verglichen ist mit dem Picasso und mit dem Modigliani. Und wenn man sich diese Malerei anschaut und bedenkt, in welcher Zeit es gemalt worden ist und wer der Floch war, ist das wirklich ein grandioses Highlight. Und jetzt kommen wir zu dem schon lange angekündigten wunderbaren Gemälde von Josef Floch. Ich habe mehrere schriftliche Aufträge und Telefone und muss hier beginnen mit 100.000 ist schriftlich geboten. 110.000, 120.000, 130.000 ganz hinten, 130.000, 140.000 vorne, 140.000 sind vorne geboten, 150.000 am Telefon, 160.000 in der Tür. 160.000 sind geboten, 170.000, 170.000 sind geboten, 180.000 am Telefon, 190.000 ganz hinten, 190.000 ganz hinten, 200.000 sind vorne geboten, 200.000 sind vorne, 210.000 sind geboten, 210.000 am Telefon, 220.000 vorne, 220.000 sind geboten, 220.000. Immer mehr als 220.000, 220.000 zum Ersten, 220.000 zum Zweiten und große Gratulation, 220.000 zum Dritten. Danke vielmals. Das ist ein Weltrekordpreis für den Fluch, wirklich ein wunderbares Bild. Danke vielmals. Die Geschichte der Wiederentdeckung von Josef Loch führt ins Jahr 1974 nach New York. Der junge österreichische Koch Karl Pallauf wollte die Welt entdecken und kam in den Big Apple. Es war Silvester 1974. Ich bin von Bermuda direkt nach New York geflogen. Und das war ein kalter, wirklich kalter Tag. Man glaubt das nicht, jetzt ist das fast 43 Jahre her. Und das war, wenn ich jetzt so nachdenke, eine unglaubliche Zeit. Rasch lebte er sich in der Stadt, die niemals schläft, ein, bekam einen gut dotierten Job als Koch und begann als Hobby, Kunst zu sammeln. Ich war acht Jahre lang Küchenchef und bin dann sechs Jahre Privatkoch für einen der reichsten Männer auf der Welt gewesen. So, ich bin Koch von Seele und habe Bilder nur für mich gekauft. Ich wollte Bilder haben. Weil es ist, jeder Koch ist eigentlich ein Künstler. So kam der Kochkünstler dann erstmals mit den Bildern von Josef Loch in Kontakt. Den ersten Loch habe ich gekauft, ich will nicht sagen, das ist Mitte der 70er Jahre gewesen. Ich war in einer Auktion, es war damals Philips, Philips Auction Gallery. Das waren 79 auf der 79. Straße und habe da dieses Bild gesehen, eine Landschaft von Floch. Und bei 280 Dollar hat niemand aufgezeigt und ich habe mir das Bild gekauft. Ich habe es daheim jahrelang gehabt und bis ich einmal 78 nach Österreich gekommen bin und habe in Belvedere gesehen, dass der Floch ein Österreicher war. Da habe ich aber schon zehn Kinder gehabt. Danach habe ich einen intensiven Floch gesucht. Ab diesem Moment wurde aus dem Koch Karl Pallauf ein Kunstsammler. Und er begann die Suche nach den in aller Welt verstreuten Bildern. Ich habe ja das Tagebuch von Floch und der hat ja sehr gut aufgezeichnet, wo die Bilder sind. Zu 90 Prozent weiß man, wo die Bilder sind. Ich war überall, von Kanada, Mexiko, ich glaube ich war sogar in Costa Rica für die Bilder, in Brasilien. Zu dieser Zeit bekam er dann auch von Josef Flochs Tochter Jenny den Nachlass des Künstlers übertragen. Und damit ein weiteres großes Portfolio an Bildern. Und in New York wurde er auch noch an anderer Stelle fündig. Eigentlich die ganze Psychoanalytica Society und Freud haben sehr viele Floch wieder gesammelt. Größte ist diese österreichischen Exil-Österreicher eigentlich. Die haben große Floch gekauft. Und die Aktivitäten des zum Kunstsammler avancierten Kochs blieben auch anderen Kunstliebhabern nicht verborgen. Ich habe mich vorgestellt, Karl Ballhoff, und er sagt zu mir, ah, Sie sind das Trüffelschwein. Mit Respekt gemeint. Sagt, glaube ich, ich habe gehört, Sie suchen die Bilder wie das Schwein den Trüffel. Ich habe mich wirklich darauf spezialisiert, habe Leute gesucht, wie den Herrn Professor Homitzki, den Floch persönlich gekannt haben, und habe jedes Bild gesucht, was so am Markt war. Bis halt andere auch draufgekommen sind, dass das was Buntes ist. Wie beispielsweise die Galeristin Margarete Widder in Wien. Sie hat 1972 anlässlich der Floch-Ausstellung im Belvedere erstmals Bilder von Josef Floch gesehen und war sofort fasziniert von dem damals in Österreich noch sehr unbekannten Künstler. Mir war der Maler gänzlich unbekannt. Ich habe mir gedacht, das ist eine super Qualität. Dieser Maler ist nicht am österreichischen Markt. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, diese Bilder zu finden. So macht es sich auch von Wien aus. Eine Österreicherin auf die Suche nach den Bildern von Josef Floch und bekam folgende Auskunft. Es gibt einen Nachlassverwalter und der lebt in New York. Er heißt Karl Palauf und haben dann in New York den Karl Palauf aufgesucht. Er zeigte uns dann in einem Lagerhaus 120 Floch, die mich praktisch, wenn ich das unter Anführungszeichen sagen darf, umgeworfen haben. Auch Margarete Widder intensivierte nun die Suche nach weiteren Flochbildern. Und wie hat sich die Suche nach den Bildern damals angefühlt? Naja, das war, wie soll ich sagen, voller Energie, voller Spannung. Fahre ich nach New York, was finde ich? Ich bin zum Beispiel, um ein Beispiel, ein Nettes zu erzählen. Ich bin um sechs Uhr in der Früh, fand damals noch ein riesiger Flohmarkt in New York statt. Ob das heute noch der Fall ist, weiß ich nicht. Und da bin ich herumgegangen und habe nach Floch gefragt. Und ein Händler sagte zu mir, oh, ja, kommen Sie morgen Nachmittag zu mir in mein Haus in Connecticut. Ich habe sieben Floch. Das war also die große Überraschung. Ich fuhr eine Stunde mit dem Bus von Ortschaft zu Ortschaft und kam dann in ein Haus, das war voll, ich möchte sagen, überfüllt mit Kunst, also mit Bildern angeräumt. Und das hat so diesen typisch amerikanischen Bildergeruch gehabt. Ich habe immer die Bilder gehoben und hinten gerochen an der Leinwand. Das war so ein bisschen verschimmelter, verstaubter, süßlicher Geruch. Und der hat sich mir im Kopf total stark eingeprägt. Und in dieses Haus bin ich gekommen und da habe ich gesehen sieben frühe Floch. In Österreich hat sich vor allem eine Galerie der Herausforderung Josef Floch gestellt. Dass es also dann der Kunsthandel Wienerreuther und Kohlbacher aufgenommen hat. Und dann sich auf diese Preise eingelassen hat, nicht verschreckt war, zum Unterschied von mir. Und haben dann den Floch noch einmal einen Schub gegeben, um ihn dadurch bekannter zu machen. Die Galerie Wienerreuther und Kohlbacher hat Josef Floch in Wien sprichwörtlich wieder salonfähig gemacht. Und dafür gesorgt, dass auch in der Heimat Kunstinteressierte wieder auf den ins New Yorker Exil geflüchteten Wiener Künstler aufmerksam werden. Herr Heller, mich freut es wirklich außerordentlich, dass Sie den Floch schon vor Jahren, wo wir mal gesprochen haben, Sie erinnern sich, wo es um die Porträts gegangen ist, glaube ich. Da war schon eine Begeisterung von Ihnen da und Sie haben auch erkannt, dass er wirklich einer der internationalen österreichischen Künstler ist in der Zwischenkriegszeit. Einer der wenigen. Das ist er ganz sicher. Aber ich habe immer so diese Gedanken, da passiert gleich irgendwas. Das sind nicht so harmlose Familienbilder oder Stillleben oder Landschaften. Ich denke mir immer, da ums Eck lauert was. Ich weiß nicht, dass wir nicht alles zum Beispiel dieses Bild haben. Das ist er für die Arbeit zum Beispiel. Das sind seine zwei Kinder. Das ist seine Frau. Seine Frau, die Mimi und die Jenny. Aber da hat man doch auch nicht das Gefühl, dass man bei denen gern zum Tee wäre. Es hat immer durchzieht eine gewisse Melancholie sein Werk. Aber das ist noch sozusagen zur Wiener bzw. Pariser Zeit. Aber der Anton Kurth hat gesagt, Melancholie ist Heimweh nach sich selbst. Ich suche seit Jahren nach dem Frauenporträt, das mich so berührt, dass ich es kaufe. Und das ist leider eine Konstante in meinem Leben, dass ich immer so lange warte, bis ich mir es nicht mehr leisten kann. Aber ich bin überzeugt, es wird etwas kommen, weil es gibt ganz großartige Porträts. Ja, es gibt vieles, was einem irgendwie an der Gurgel packt, andere nur an den Augen. Und es gibt vieles, was... Mir gefällt dieses sich so Farbwelten aufbauen, die in sich dann diese tausend Nuancen, die es von einer Farbe gibt, zeigen. Wie hier alles irgendwie dem Grün geschultert ist, wie in dem Rot, das Grün ist, wie in dem Blau, das Grün ist, wie in dem... Ja, man muss nur schauen. Das war x-mal abgebildet in verschiedenen Zeitschriften in Amerika, verschiedene Ausstellungen. Er hat ja eigentlich sehr großen Erfolg gehabt, auch in Amerika. Wenn man nur zum Beispiel anschaut, dieses Greenhouse, das können wir mal vielleicht noch heraufstellen. Das ist sowieso ein sehr schönes Film. Er war sehr gut befreundet mit Paltys. Er war in der Schweiz. Ja, der Paltys war halt ein sehr präziser... Das ist natürlich eine andere Richtung, aber eine gewisse Verwandtschaft sehe ich dann schon auch. Der Paltys war natürlich viel erotischer fixiert. Das fehlt, das ist bei ihm nicht der Fall. Die Bilder sind sinnlich, aber sie haben nie eine Geilheit oder sowas. Nein, nein, oder auch keine versteckte. Ja, ja, beim Paltys wird ja gar nichts versteckt. Was hat es mit der Verbindung zum Maler Baltys auf sich? Das und die Freundschaft zum amerikanischen Maler Richard Diebenkorn möchte Karl Pallauf beim Besuch des letzten lebenden Malerkollegen von Josef Loch herausfinden. Wir fahren nach Athens, das ist Upstate New York, zum Herrn Professor Peter Homitzki. Den besuchen wir, das ist der einzige, der noch über ist von der Floch-Runde, von den Künstlern, die damals in New York zusammen waren. Der Peter Homitzki ist interessant für mich, weil er die Essenz vom Floch wirklich erkannt hat, und zwar vom Künstlerischen, vom Malerischen her. Versteht er seine Essenz am besten von allen, und das ist wirklich, der ihn auch persönlich gekannt hat. Ich habe den Nachteil, dass ich ja nur seine Bilder kenne, aber nicht seine, ihn persönlich. Nicht nur das, der kennt auch die ganzen, das Umfeld vom Floch, von den Ausstellungen, wer dabei war. Und es wird sicher interessant sein, was er dazu zu sagen hat. Weil es gibt immer was Neues, wenn ich ihn sehe. Peter Homitzki ist mittlerweile von New York nach Athens übersiedelt und lebt dort zurückgezogen in seinem Landatelier. Für Karl Palauf und seine Spurensuche nach Josef Floch macht der 75-jährige Künstler eine Ausnahme. Mr. Homitzki. Schönen Sie wieder zu sehen. Ich habe Ihnen zwei neue mitgebracht. Danke. Wie geht's? Sehr gut. Peter Homitzkis Verbindung zu Josef Floch wird bereits im Foyer des Hauses sichtbar. Denn einige Werke des österreichischen Künstlers ziehen den Eingangsbereich. Was war Ihre Verbindung zu Josef? Was denken Sie über seine Arbeit? Ich bin ein großer Fan. Das war ich. Und wir wurden ziemlich enge Freunde. Der Freundeskreis von Floch und Homitzki umfasste auch den amerikanischen Maler Richard Diebenkorn. Da ist eine Verbindung. Und Diebenkorn und ich haben oft auf seiner Veranda im Berkeley gesessen. Joe war einer derjenigen, über die wir geredet haben. Er mochte seine Arbeit. Er hat nie gesagt, dass sie ihn beeinflusst hat. Er sagt aber, dass Joes Gemälde ihm die Möglichkeit gaben, über gegenständliche Kunst auf formalistische Weise nachzudenken. Diese Verbindung ist wichtig, da Diebenkorn als einer der wichtigsten Maler Amerikas angesehen wird. Er repräsentierte die USA in Venedig und die Gemälde erzielen astronomische Preise. Und jeder will eines. Im Atelier von Peter Homitzki findet sich dann auch jeweils ein Bildband von Josef Floch und Richard Diebenkorn. Karl Pallauf nützt die Chance, um herauszufinden, wer von wem künstlerisch beeinflusst wurde. Aber sehen Sie, wenn man diese Gemälde vergleicht, sieht man den extrem starken Einfluss. Ja, aber in Bezug auf die Gestik in der Darstellung. Aber da kann man deutlich sehen, dass Floch vor Diebenkorn war. Wusste Floch, dass er einen gewissen Einfluss auf Diebenkorn hatte? Ja, ich habe ihm gesagt, dass Diebenkorn ihn sehr schätzte. Die Zeitreise in die Vergangenheit zu Josef Floch ist für Karl Pallauf immer ein bewegendes Erlebnis. Ich finde es traurig, dass ich es selber nicht erlebt habe und aufregend, dass ich wirklich die Wahrheit von jemandem, der da dabei war. Das ist für mich eigentlich sehr wichtig. Und auch nur der Geruch von der Farbe vom Atelier setzt mich in die Zeit, wo ich mir vorstellen kann, wo er mit dem Floch dort gesessen ist. Und dadurch, dass ich jetzt mit diesen Bildern seit über 40 Jahren lebe, ist ja diese Sehnsucht danach immer größer geworden. Es ist ja, ich weiß nicht, wieso, dass mich das so gefangen hat, der Floch. Weil es ist wirklich, ich glaube, dass jeder Floch mir gehört. Es ist wirklich, und das schon seit, wie gesagt, es ist über 40 Jahren jetzt. Das ist eigentlich unglaublich. Aber nicht nur Richard Diebenkorn verband eine Freundschaft zu Josef Floch. Auch der deutsch-polnisch-französische Künstler Balthus hatte zu Floch guten Kontakt. Als Sie sagten, dass Floch Balthus kannte, was hat er Ihnen erzählt? Sie blieben in Verbindung. Jedes Mal, wenn Joe nach Europa fuhr, besuchte er die Schweiz und blieb mehrere Wochen bei Balthus im Schloss. Interessant. Es ist auch für mich interessant, dass ich höre von den anderen Künstlern, wie er das erlebt hat. Es waren ja die anderen Künstler, die mehr geschätzt haben, was eigentlich wieder handelt. Das ist, glaube ich, ganz so eine wichtige Sache, dass meistens die großen Künstler zuerst von den anderen Künstlern entdeckt werden. In einem Haus südlich von Wien ist mittlerweile das Bild Mutter mit Kind von Josef Floch beim neuen Besitzer angekommen. Der Kunstsammler Harald Eichhorn hat das Werk um 220.000 Euro ersteigert. Man hat immer, wenn man reinkommt, und selbst bei der Eingangstüre, hat man schon einen wunderschönen Blick dahin. Ich bin wirklich fast gerührt, dass es jetzt da hängt, wo man es wirklich sehr, sehr oft sieht. Weil es ist so die gütige Mutter und es ist einfach von der Komposition her so stimmig. Man schaut es sich gerne an. Es stimmt mich irgendwie nachdenklich, weil eher vom Motiv her frage ich mich dann immer, was steckt dahinter. Was hat der Künstler gesehen? Warum diese Pose? Was sind die Figuren? Warum sind sie in dieser Pose? Für Sammler Eichhorn ist es aber nicht der erste Floch im Haus. Er hat sogar ein eigenes Flochzimmer eingerichtet. Mit sehr unterschiedlichen Bildern und Motiven von Josef Floch. Ein heißer Sommertag im Süden von Frankreich. Das merkt man so richtig. Es war ein beliebter Ferien- und Urlaubsort von Floch. Das ist später. Das hat er schon in New York gemalt. Hier haben sie ganz was Seltenes für den Floch. Das Motiv. Ein Hafen. Fast, möchte ich sagen, ein freundliches Bild. Das ist auch ein frühes Werk. Das ist auch früh, das ist 27. Auch ein klassisches Motiv vom Floch. Frauen mit einer Tätigkeit. In dem Fall ist es beim Blumengießen. Die klassischen Flochfarben. Und welche Wirkung haben die Bilder des Künstlers auf den Sammler? Das löst ein bisschen zu Hause auch aus. Das gehört ja dazu. Ich lebe ja damit. Es soll ja kein Museum sein. Er war damals durchaus sehr bekannt oder machte Ausstellungen mit Modigliani oder Picasso, also die heute in der ersten Reihe stehen, wenn sie in den Lowe gehen oder was auch immer. Er hat auch die größte Auszeichnung, französische Auszeichnung erhalten, die ein Künstler halten kann. Gehört sicher zum bedeutendsten der klassischen Moderne. Man sieht es ja auch bei Versteigerungen, dass er also deutlich einen Wert gewonnen hat. Es kann 30, 40, 50.000 Euro sein, aber geht hinauf über 200.000 Euro. Im Palais Schönborn-Bottjani beginnen die Vorbereitungen für die Josef-Floch-Ausstellung. Karl Pallauf hat gemeinsam mit der Galerie Wiener Reuter und Kohlbacher die Ausstellung in Wien organisiert. Bei den letzten Vorbereitungen legen die beiden Flochexperten selbst Hand an. Ich glaube, da ist ein guter Pranz. Das will ich. Ach, da. Unter welchem Thema steht die Ausstellung? Wien, Paris, New York, das waren sozusagen diese Hauptthemen. Das waren seine Lebensstationen. Über 100 Meisterwerke werden präsentiert und mussten vorher von ihren Besitzern entlehnt werden. Wir haben auch ein schönes Erlebnis gehabt, also von einem Freund, ist die Tochter mitgekommen, sie haben die Bilder geliefert. Und dann hat sie mir gesagt, weißt du, das sind meine Lieblingsbilder und jetzt haben wir Löcher an der Wand. Dann habe ich gesagt, weißt du, mir geht es ganz genauso und wir werden aber sicher eine Lösung finden. Also das war ganz entzückend, wie sehr dieses junge Mädchen die Bilder von Floch liebt. Auch das Belvedere und das Leopold Museum stellten Werke zur Verfügung. Es passen zwei. Die zwei Arbeiten, die würden wunderbar funktionieren. Aber nicht drei. Das sind diese wichtigen französischen, darf ich sagen, mein Lieblingsbild. Solange ich lebe, wird das Bild bei mir sein. Bin mir absolut sicher. Ich kann es gar nicht genau sagen, warum, aber es berührt mich tief. Dieses Bild, ich bin ein großer Fan von Modigliani und Picasso und hier habe ich... einen Floch Modigliani-Picasso. Eigentlich diese ganze Serie hat man dieses Gefühl von Picasso sehr stark von den Franzosen beeinflusst. Bis dato der teuerste verkaufte Floch. Aber das wird sich wahrscheinlich bald wieder ändern. Das heißt, wir haben die französische Periode abgeschlossen und jetzt gehen wir zur Wiener Zeit und zur New Yorker Zeit. So, da sind wir leider noch nicht fertig. Ah, da haben wir die französische Wiener. Da fehlt uns noch vom Belvedere. Das gehört noch um. Das kommt vom Belvedere noch. Und das auch. Auch die Zwölfe. Ganz genau. Aber das passt einmal, da haben wir eine schöne Periode. Das werden wir mal auspacken. Ich möchte das sehen. Auch eine Privatleihgabe. Sehr schön. Wunderbar. Aber das ist interessant. Das ist von der Reise nach Palästina, das ist Caesarea. Das ist 1923. Da haben wir noch eine schöne Zeichnung. Da gibt es auch die Zeichnung, die Duschzeichen. Genau. Aber da gibt es sehr wenig davon von dieser Periode. Das Belvedere hat eines. Aber ich glaube, das ist besser. Das New York-Bild, das gehen wir gleich zu den New York-Bildern. Das ist ja das, du hast mir erzählt, das erste Bild. Das ist das erste Bild, steht hinten drauf. Das erste Bild, das in der Stadt New York gemalt worden ist. Gemalt worden. Ich habe gerade vorher außerhalb von New York gewohnt. Aber das ist Beverly Plaza, das ist das erste Bild. Das kriegt auch einen schönen Platz. Das kommt hierher. Sehr gut. Also ich glaube, New York, da sind wir sehr, sehr gut vertreten. 1941 musste der jüdische Künstler Josef Floch nach New York emigrieren und setzte dort sein künstlerisches Schaffen fort. So, das werden wir jetzt probieren. Ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Floch-Schau findet in den Räumlichkeiten des Palais Schönborn-Bartiani statt. Auch Mitorganisator Eberhard Kohlbacher wirft vorab einen Blick auf die Werke. Ah! Aber das schaut doch schon toll aus, oder? Karl Pallauf hat von Flochs Tochter Jenny den Auftrag zur Nachlassverwaltung bekommen und versprochen, ihren Vater wieder in das Bewusstsein der Kunstwelt zu bringen. Es ist ein enormes Genugtum für mich, dass die Jenny Floch, die Gott sei Dank, kommt zur Ausstellung mit 83 Jahren, das erlebt, was ich hier vor 35 Jahren versprochen habe. Und damit ist das für mich sehr wichtig. Und dass man dann in so einem Palais das machen kann, besser geht's nicht. Anlässlich der Ausstellung ist Jenny Floch aus den USA nach Wien gekommen. Die Ausstellungsorganisatoren überreichen ihr das erste Exemplar einer neuen Monografie über ihren Vater. Wow! It's great, isn't it? Amazing! Auf 245 Seiten werden die wichtigsten Lebens- und Schaffensperioden des Künstlers gezeigt. Wir alle drei haben daran gearbeitet. Das ist das Bild, das das BWDR gekauft hat von deinem Vater. Das ist das erste Bild, wie ich von Amerika zurückgekommen bin, wo ich herausgefunden habe, dass der Floch ein Österreicher ist. Das war das Bild. Wirklich? Ja. Ich hab's vorher nicht gewusst. Wirklich? Und nun werden die Werke von Josef Floch aufgrund der Initiative von Karl Pallauf und der Galerie Wiener Reuter und Kohlbacher wieder in Wien gezeigt. Es ist der 14. September 2017. Ein historischer Tag, nicht nur für das Oeuvre von Josef Floch. Treffable scene? I open up. For the record. So, it works. Wonderful. Welcome. There she is. Die 82-jährige Jenny Floch ist zur Ausstellungseröffnung ins Palais Schönborn-Bartiané gekommen. Now we take a look. Yes. And I hope you like it. I'm sure I will be completely overwhelmed. We will see. We will see. Would you like to sit in the chair? Well, but I can wheel myself. Thank you. You are driving. You drive from Pico, you follow me. You are the driver, we are the followers. Amazing. Jenny Floch hatte sich nach dem Tod ihres Vaters sehr für die Verbreitung der Bilder engagiert. Ich wollte nur, dass sie in die Welt hinausgehen und dort ihr Leben finden. Und das hat Carl gemacht. Sein erster Erfolg in Amerika war bei der Psychiatric Association in Verbindung mit Freud, weil sie all diese Sachen in die Bilder hineininterpretiert haben. Mein Vater war im Prinzip depressiv. Daher geht es in den Bildern um Menschen, die einsam sind. Man sieht keine fröhlich glücklichen Leute herumlaufen, denn so jemand war er nicht. Josef Floch hat auch seine Frau Hermine und Tochter Jenny gemalt. Er hat mich nicht gerne gemalt. Er mochte sehr große, schlanke Frauen mit schmalem Gesicht. Das bin ich nicht. In New York verband Josef Floch auch eine Freundschaft zu Alma Mahler. Alma Mahler hatte jeden Sonntag einen Salon und lud besondere Leute dazu ein. Mein Vater war einer von ihnen. Meine Mutter hat sie nicht eingeladen. Dann, ganz am Ende, kurze Zeit bevor sie starb, lud sie meine Mutter, meinen Vater und mich zum Tee ein. Das war ihre Entschuldigung. Und wie beurteilt Jenny Floch die Wiedereentdeckung ihres Vaters? Ich weiß, dass derzeit das Interesse an jüdischen Künstlern wieder auflebt. Da war ein Kunstphilosoph, dessen Namen ich vergessen habe, der sagte, man weiss, dass es gute Kunst ist, wenn sie nach mehreren Generationen mehr als eine Generation anspricht. Nun sind es drei Generationen. Und sie hat drei Generationen angesprochen. Daher weiß man langsam, dass es große Kunst ist. Und was sagen österreichische Kunstexperten über Josef Floch? Naja, kann ich nur sagen, höchste Zeit. Wunderbarer Künstler. Lange Zeit unterschätzt. Ich beglückwünsche die, die das gemacht haben. Und wenn ich mir die Bilder anschaue, wird mir weh um jedes Bild, das ich nicht selber habe. Dann eröffnen die Hausherren der Galerie Wiener Reuter und Kohlbacher die Ausstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen im Palais Schönborn-Batjani. Heute ist ein besonderer Tag für Josef Floch und ein besonderer Tag für uns drei, weil es ist sozusagen eine Geschichte von 27 Jahren, die wir zusammenarbeiten, zusammenarbeiten, damit diese Ausstellung möglich geworden ist. Wir haben aus der ganzen Welt die Bilder zusammengetragen. Wir haben sie teilweise an Sammler weitergegeben. Und das war der Pool, aus dem wir schöpfen konnten. Anders wäre diese Ausstellung nicht möglich gewesen. Und Floch-Biograf und Sammler Karl Pallauf ist auf der Spurensuche nach Josef Floch am Ziel angekommen. Andy Warhol hat gesagt, jeder Mensch hat seine 15 Minuten auf Fame. Ich glaube, das sind heute meine 15 Minuten auf Fame. In gewisser Hinsicht ist Karl eher sein Sohn, als ich seine Tochter bin. Denn Karl fühlt sich ihm vollständig verbunden. Ich lebe über 40 Jahre mit den Flachbildern. Ich mag ohne diese Bilder nicht leben. Sie sind ein Teil von mir geworden. Karl, es ist wirklich erstaunlich. Aber ich sage dir noch etwas. Heute, als ich darüber nachdachte, ich glaube, Josef ist hier. Ich fühle seinen Geist. Ich glaube, Josef ist hier. Ich fühle diesen Geist. Ein ganz wichtiger Punkt war für uns, einen wirklich kompetenten französischen Kunsthistoriker zu finden. Das war relativ leicht. Weil wir haben eine befreundete Galeristin in Paris befragt, Madame Peres, und einen sehr guten Sammler, Monsieur Helfth. Und die haben beide einen Namen genannt. Das ist Monsieur Lemoyne. Ich begrüsse Sie ganz herzlich. Serge Lemoyne ist ein französischer Kunsthistoriker, der im Vorwort zur neuen Josef-Loch-Monografie auch über das Schaffen des Malers in Paris schreibt. Josef-Loch kommt dann nach Paris. Und in dieser Stadt findet er seinen Stil, seine Inspirationsthemen, seine Sprache, seine Technik, die er im Verlauf seiner gesamten Laufbahn behalten und weiterentwickeln wird. Mit der Vernissage Josef-Loch, Wien, Paris, New York, wurde die Spurensuche des Künstlers erfolgreich abgeschlossen. In New York in Aktion, wo die Bilder von Floch aufgedacht sind, und da hat es geheißen, der Koch kauft den Floch. Das war so wie ein Witz. Wenn es dann irgendwann ein Bild gewesen ist, der Koch kauft den Floch. Das war so wirklich unter den österreichischen Händlern in New York, die da hingekommen sind. Und ich glaube, der Koch lacht heute. Ich glaube, dass da nicht viele Leute geglaubt haben, dass das so weit kann.